Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Heute geht es um das Spiel Railwood vom Entwickler Bittridge aus Zypern. Das Spiel Railwood, das ist ein Spiel, wo ihr euch euer eigenes Eisenbahnnetz aufbaut. Und eure Hauptaufgabe in diesem Spiel ist es, neben dem Aufbau eines Eisenbahnnetzes, eure Züge sicher und pünktlich an das richtige Ziel zu bringen. Ihr beginnt hier mit einem sehr kleinen Streckennetz und das Ganze wird dann im Laufe des Spiels immer erweitert. Und natürlich schaltet ihr während des Spiels auch verschiedene Automatismen frei, insbesondere neue Techniken. Und die es dann ermöglichen, mehr Züge schneller an ihr Ziel zu bringen. Genauso dürfen natürlich auch hier in dem Spiel die Erfahrungspunkte nicht fehlen. Ihr bekommt dann verschiedene Upgrades in diesem Spiel, wo ihr eben bestimmte Automatismen auf eurem Streckennetz einfügen könnt. So, dass bestimmte Vorgänge automatisch verlaufen. Hier haben wir auch nochmal einen kurzen Einblick in dieses Spiel, was ihr alles ausbauen könnt. Das Ganze ist schon seit 2021 im Early-Exit-Status auf Steam. Und Entwickler Bittridge gab nun vor einiger Zeit schon bekannt, dass es von Railwood eine Vollversion geben soll. Und die Vollversion von Railwood Tycoon, die hat sogar schon einen Release-Termin bekommen. Und es soll auch nach der Version 1.0 weitergehen mit verschiedenen Updates. Das Spiel kostet aktuell auf der Plattform Steam 24,95 Euro. Es gibt auf Steam auch eine kostenlose Demo-Version von Railwood, wo ihr das Spiel antesten könnt. Es hat eine einfache Benutzeroberfläche und es ist auch sehr einfach zu erlernen. Und es gibt auch ein gewaltiges Streckennetz. Wie gesagt, ihr beginnt mit einem kleinen Streckennetz und erweitert dies immer weiter. Es gibt auch verschiedene Bahnhöfe aus der Realität, wo ihr den Zugverkehr steuern könnt. Wie gesagt, die Hauptaufgaben sind das einfach hier. Hier verschiedene Züge, ähnlich wie es die Fahrdienstleitung macht auf welchen Bahnhöfen, verschiedene Züge auf ihr richtiges Gleis zu bringen. Und das Ganze soll natürlich auch pünktlich passieren, sodass die Züge pünktlich und rechtzeitig ihr Ziel erreichen. Und zum Beispiel eben, ja, das ist so eure Aufgabe, die ihr hier übernehmen sollt. Wir hatten, glaube ich, das Ganze auch schon mal Probe gespielt. Hier sehen wir noch verschiedene Streckenkarten. Es gibt zum Beispiel auch eine Karte der S-Bahn Berlin, die hier dabei war. Es gab auch eine Karte, wo das echte Streckennetz der Stadt, der tschechischen Hauptstadt Prag, enthalten ist. Ja, und das Ganze soll, wie gesagt, jetzt in den Early-Access-Status verlassen und eben in die Version 1.0 wechseln. Da gibt es auch eine sehr große Liste mit verschiedenen Updates, die zum Releasetag kommen. Und der Releasetag für Wailwood Version 1.0, der steht bereits fest. Das Ganze wird am Donnerstag, dem 22. Februar 2024, dann in die Version 1.0 wechseln und weiterhin auf Steam erhältlich sein. Es wird also nach gut zwei Jahren den Early-Access-Status verlassen und es gibt die Version 1.0. Und Entwickler Bitwitch kündigte in der Mitteilung auf Steam auch schon an, dass es auch nach dem Release der Version 1.0 weitere Updates für dieses Spiel geben soll. Ja, was ist eure Meinung zum Spiel Railwood vom Entwickler Bitwitch? Habt ihr Railwood schon gespielt? Falls nicht, solltet ihr unbedingt die kostenlose Demo auf Steam ausprobieren. Was ist eure Meinung zu diesem Spiel? Werdet ihr euch Railwood kaufen? Und was ist eure Meinung, dass das Spiel nun nach knapp zwei Jahren den Early-Access-Status verlässt und in einer Vollversion übergeht? Macht habt ihr Spaß an diesem Spiel? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis dahin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.